4-5 Stunden? Keine Ahnung. Locker. Äh, wir haben jetzt fast 5 Stunden. Ja dann. Noch mal 5 hinterher, oder will ich? Find ich gut, ja. Maschinenblock hab ich? Ne, hab ich gar nicht. Mir fehlt das. Was fehlt mir denn noch? Achso, das Zinn wieder, oder wie? Ey, Zinn haben wir wirklich in Mangel. Ne, da fehlt das. Was? Was an Beeren? Ne, Beeren haben wir. Zinn. Also Tin. Tin geschrieben. Zinn im Deutschen. Ah, hängt schon. Oh je, ist die spinn. Glas hab ich. So. Ach, ich hab kein Eisen. Fuck. Sollen wir mal einen zweiten Generator davon bauen? Mach mal. Ist glaub ich sinnvoll, ne? Ah, ich mach jetzt erstmal den Planter fertig. Dann machen wir die Plant Farm. Dann machen wir Generator den zweiten. Den wir, keine Ahnung. Dritten. Dritten. Und vierten. Und siebenunddreißigsten. Von hier oben befeuern. Kann auch noch von oben annehmen. Ja. Äh. Was ist da? Brauchst du nicht irgendwie gelbe Blumen auch, Zentos? Ja. Reichen dir Mystical Yellow Flower? Tanja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, ist ne orange Blume. Ey, wir wollen die... Light... Light Shade nicht. Oder die sind zu schnell, ey. I'm coming. Ich denk. Kann man das... Kann man das... Da jetzt ein... Was? Kann man vielleicht schlafen gehen? Wo müssen die hin? Da. Nängst du. Ab in die Kiste. Die muss die noch auseinanderpflücken. So. Ja, ist die gelbe Blume. Zentos schläft mit dir. Dann leg dich hin. Mit dir. Geht nicht, ist ein Vorneid. Hm, warte. Unterwegs. Der mag mich irgendwie nicht da. Flash mach. Okay. Das ist mein Bett. Der Mini-Zombie möchte nicht, dass ich schlaf. Nein. Naja. Ich hab Wartenflash gegessen. Ist auch nicht schlimm. Ich hab einen Slotsch angesammelt. Kann das sein. Ah, das ist jetzt... Ch... Chimona. Charonimo. Charonimo. Wup, wup, wup. Okay, eins, zwei. Da rein. Da, zwei rein. Eine da rein. Da rein. Okay. Den Frame hab ich. Da muss ich eigentlich alles haben dafür. Kann ich denn auch die Zeeds nehmen? Ja. Das ist schön, alle Zeeds kann ich nutzen. Okay, den Planter hab ich. Den Harvester. Jetzt brauch ich nur Strom wieder. An irgendeiner Stelle. Nein, das ist... Und den Generator. Den anderen. Generator. Da brauch ich wieder Eisen. Dann zieht jetzt einfach rein. Okay. Charonimo. 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 Charonimo, ja. Jesus Mode. Neger Mode. Na. Ich hab nichts gesagt gerade. Nein. Hat jeder gehört. Was denn? Manimo. Ja. Ich hab nichts gesagt. Dann. Tauscht eure Energie mal gegenwärtig aus. Ja. Ach so, das muss ich gleich mal ein Schwesthoofs. Hab ich nur Leitungen? Ne, die hab ich alle verbaut. Was brauche ich denn da für Redstone und Lead, glaub ich? Nein. Redstone, Lead und Glas. Geh ich den Wurf. Ach, Eingesunde. Hab ich noch Lead irgendwo fertig? Ja. Lead, Whetstone hab ich auch noch. Mach ich wem noch. Pipes. Sechs Stück, das reicht. Ne Zelle brauchen wir ja nicht. Das ist ja nicht Schwachsinn rein zu bauen. Genau, ist da ein Plan da und dann nehmen wir, weiß nicht, Spruce. Reicht der Spruce oder Oak? Weiß ich nicht. Ah, hier haben wir Aux-Sabslinge, nehm ich mal raus. Wird die Maschine inkompetent? Werde ich die mit Lenny's Kopf bauen? Vielleicht. Ja, könnte wohl möglich sein. Kann ganz gut sein. Ich hab noch, ich glaub ich bin eins der noch Holz in der Kiste hat. Ja, Holz in meinem Eisenberg. Äh, in meinem Eisenberg, genau. Ah, jetzt brauch ich noch Pipes, normale. Ich werd alt. Sagst du jedes Mal. Ja, bin ich auch, hallo. Guck dir das hier in dein Geschäft. Guck dir die Erschaffung Gottes an, die wird auch irgendwann älter. Was lachst du so? Das ist halt die Wahrheit. Nix. Oh, nicht. Kommst du in der Herz? Na ja, das sagen sie alle. Wie kommst du denn da drauf? Ey, ich hab nen Slicen Splice, cool. Slicen Splice? Slicen Splice? Oh ja, geil. Äh, glaub ich Splice, oder? Splice. Hast du Splice? Äh, wie heißt sie denn? Die heißt so Redstone Energy. Da ist sie doch. Wollt ich Woodgears. Woodgears. Wood, 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 Wood. Wo heißen sie? Woodgear? Äh, Crafter. Ich sehe ein Ende. Ja, wer, wer sieht ein Ende? Ich sehe so ein ziemlich nahes Ende. Äh, zack. Und das. Die Woodgears habe ich auch. Jetzt brauche ich noch einen Stick. Ein Stickli-Stick-Stick. Da. Nur fokussieren. Einen davon. Einen Chest habe ich. Jetzt brauche ich noch eine zweite Chest. Habe ich noch Holz? Ja. Für eine Chest habe ich noch Holz. Dann dauert jetzt Zeit, dass wir Holz bekommen. Ich brauche eine Oak. Ein Oak-Stamm. Wie viele Beeren einfach hier sind. Wie viele Beeren einfach hier sind. Okay, den Busch lasse ich, der ist komplett ausgewachsen. Den lasse ich auch. Dann. Ich habe mir einen kleinen Nippel. Oh, der Z-Logic gedöhnt. Das macht. Ja. Mach. Kraftwerk fertig bauen. Ne, dann wäre der Kraftwerk fertig. Dann wäre alles automatisch. Aber weiß du wie viele Dinge hat der dann produziert? Ewig. Ja. 1.300. Milliarden. Ewig und 3 Tage. Wenn ich sogar ein Bevel dazwischen schalten musste. Ein Barrel. Ein Barrel will einfach fallen. Oh, ich nehm mal hier wieder ein Stack raus, lol. Viele Bären einfach! Äh, wo ist der... Wo ist der Juicer? Ja, ich brauch mal ein paar. Dann pack den rein, ich mach mal eben 5 Stacks. Voller Dinger. Ich brauch grad seine Service mit ab. Das hat einmal kurz geleckt. Ja, das leckt, wenn du grad hier, wenn du stackweise diese komischen Juice machst. So, ein halbes Stick noch mal rein. Äh, was arbeitet der denn so viel gerade? Oder lädt der grad nur die Zelle auf? Da geht grad nur die Zelle auf, lol. Die ist auch schon fast wieder voll. Wir brauchen Produktion holen. Ja, die Zelle hat noch... Äh, 80.000 Platz. Das ist irgendwie ein bisschen... Ne, 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 ne. Dezentproduktive. Dezent. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so viel Strom bringt. Bringt übertrieben viel Strom. Das ist aber ein nicer Dicer hier. Der nicer Dicer. Der nicer Dicer. Kennt ihr nicht den nicer Dicer? Ja. Der nicer meine Oma hat den. Kann ich doch auch. Ganzhaft? Ja. Was denn? Äh, ich hab keine Schaufel. Ich hab eine Schaufel. Ja. Wie ich von dir ausgeliehen habe. Ja, die hab ich dir wiedergegeben. Die rote Schaufel. Ich hab ain't nie gutю. Ich hab sie auch nach. Ich hab nie gerecht. Ich hab keine rot als Fareli. Vielen Dank.